Mission ausgeführt? Ja, von mir aus. Schnell zurück zur Abrufzelle. Wo war das gleich wieder? Der Sektor, in dem wir uns getroffen haben. Alles klar. Müsste da lang sein. Wir speichern nochmal, weil wir so lustig sind. Nehmen wir mal den da drüber. Sicher, sicher. Aber ich habe eigentlich noch keinen Cut gemacht. Ich sollte mal einen Cut machen, oder? Terminal benutzen. Äh, ich denke, wir sollen ihn... Okay. Ja, ich glaube, wir müssen zurück. Okay. 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 Soll heißen? DTD ist der Name, den mein User dem Datenspeicher gegeben hat. Sicherheitskopien aller Programme, sowie sensible oder geschützte Daten, liegen dort gespeichert. Gibt's da auch was über die Herzlosen oder die Organisation 3C? Hm. Denkbar. Okay. 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 Wie machen wir das nochmal genau? Geschafft! Wo seid ihr gewesen? Tja, äh... Da gibt es eine Welt in diesem Computer, in der diese Programme leben und... Das heißt dann also, ohne das Kennwort kommen wir nicht an Anzems Forschungsdaten ran, oder? Das müsste hinkommen. Aber ihr habt Anzem bereits besiegt. Oh je, vielleicht finden wir das Kennwort nie heraus. Das heißt... Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wie bitte? Was sucht ihr? Oh oh. Sieh einer an! Ein geheimer Raum! Ich schätze, ich sehe mich nochmal genauer um hier. Alter! Sie gibt eben nie auf. Und wir tun das auch nicht! Äh, na komm, wir müssen nach diesem Kennwort suchen. Du hast recht, wir haben es Tron versprochen. Was genau tut die da? Ich darf mal? Oh! Ähm... Okay, sie kann damit nichts anfangen, aber wir wahrscheinlich. Was steht da? Hallo Main Security. Was ist das für die Kritze? Trondor to Darkness. Hallo! Haupt! Sieht aus wie ein Diagramm oder sowas. Tor, 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 das. Oh! D, T, D. D, T, D. Was ist los? Sieh dir das an. Das muss der Datenspeicher sein. D, T, D. Die Abkürzung für Door to Darkness. Interessant. Aber das Kennwort ist noch unbekannt. Door to Darkness. Das heißt so viel wie die Tür zur Dunkelheit. Hey, Micky! D, T, F. Oh, ich bin mal hier zufrieden. Oh, hallo, Gjuli. Kommt, hau die Maus auf, bist du da? Der König, hurra! Pssst! Die Organisation könnte uns bemerken. Ihr erwähntet die Tür zur Dunkelheit? Jawohl! Wisst ihr, wir suchen das geheime Kunstwort. Kunstwort? Ha! Du meinst sowas wie Sesam, öffne dich! Nun, die Tür zur Dunkelheit kann man nur öffnen, wenn man die sieben Prinzessinnen versammelt. Schneewittchen, Jasmin, Belle... So, so. Was habt ihr denn vor? Mit diesem Kennwort bekommen wir Zugang zu Anzems Forschungsdaten. Das heißt ja, ihr kriegt vielleicht raus, wo ihr jetzt steckt. Jetzt lasst die Späße, eure Majestät. Wir haben Ansem damals besiegt, das wisst ihr. Ich glaube, ich muss euch so einiges erklären. Was ist das für unsere Majestät? Majestät, fangt doch vielleicht damit an. Hey, wartet Tron nicht auf euch? Keine Sorge, ich bleibe hier. Und wenn die Herzlosen angreifen, werde ich sie mit allen zusammen bekämpfen. Ja, wir auch. Dann reden wir später weiter. Verspüche! Wir sehen uns, wenn ihr zurück seid. Ach, bevor ich es vergesse. Lass mich deiner Kleidung neue Kraft verleihen, Sora. Wirklich? Aber sicher. Du hast so viel geleistet. Sieh es einfach als ein kleines Dankeschön an. Danke, Majestät. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Tron, also wartet auf uns, ja? Das werde ich, Sora. Und denke daran, seid vorsichtig. Neue Kraft. Meisterform. Oh, ja. Okay. Abilities. Die Meisterform ist, glaube ich, die... Weiße. Ich weiß es gerade nicht, genau. Okay, aber hier war doch irgendwo ein Speicherpunkt, nur. Nein, der war dann wahrscheinlich... Ja, spätestens bei Tron ist er... Die Kiste her! Ukulele-Amulett. Ach, Stitch! Okay. Ah, hier kann ich speichern. Ja, wir speichern nochmal. Das kann nämlich nicht schaden. Juhu, so. Aber genau hier machen wir einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play King of Hearts 2. Bleibt fluffig und schaltet wieder ein. Ciao! 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 !